Direkt vor dem Wochenende noch mal 1 auf die 12 zu bekommen, ist nicht das, was sich viele wünschen, aber womit wir natürlich immer wieder rechnen müssen. Wir fangen mal mit dem DAX an. Der Markt ist hier ja ganz klar im Moment auf der Abwärtsseite unterwegs, so muss man das ganz klar sagen. Und im etwas größeren Bild, ich habe hier meine Geschmiere durchaus noch mal drin gelassen, ich mache es noch mal raus, es ist nach wie vor korrektiv, also insofern immer noch eine Restchance da, dass der Kurs dreht. Aber er hat hier auf dieser Zeitebene im Großen nicht irgendwas getriggert. Also das wäre zum Beispiel ein Trigger, inzwischen wäre das vielleicht sogar noch ein Trigger. Also immer so diese Gegenbewegung. Wir sehen das hier, entweder es ist dreiwellig oder es ist eben etwas, was sehr häufig auch ist, dass es mehrwellig ist, aber mit Kursüberschneidung, das heißt die Gegenbewegungen überschneiden sich hier. Das heißt meine bullische Idee ist noch nicht vom Tisch, aber sie ist eben noch nicht getriggert. Der Trigger, ein möglicher Trigger, das ist sicherlich nichts mehr vom Wochenende, vor allem nicht beim Index, der macht bald zu. Aber wäre das hoch vom 20. Nachmittag, also von gestern Nachmittag sozusagen bei 15.910 in etwa, bitte noch mal genau messen, aber so ungefähr hier auf diesem Hoch. Das wäre ein möglicher Trigger in der Erwartungshaltung, dass dann der Markt eben nach oben geht, vielleicht das Ganze auf der kleineren Ebene handelbar. So, ja, das klappt aber ja nicht immer. Hier zum Beispiel haben wir ja ebenfalls gesagt, das ist ein schönes Beispiel. Zack, dann haben wir hier dieses A, B, C und die Erwartungshaltung, dass es hoch geht. Jawohl, es ist hochgegangen. Mein Mindestziel ist allerdings nicht erreicht worden, zumindest nicht beim Index. Wir können das gleich noch mal gucken, wie es beim Future aussah. Der Index hat ja dann irgendwann dicht gemacht, Feierabend, und dementsprechend hat das grundsätzlich zwar gestimmt, aber nicht notwendigerweise dazu geführt, dass wir dann noch positiv rauskommen. Also auch ganz wichtig, auch wenn es grundsätzlich stimmt, ist es keine Garantie, dass wir das auch jedes Mal mit einem fetten Gewinn abschließen können, was auch immer ein fetter Gewinn sein soll. Damit müsst ihr eben rechnen, dass das passiert. Jetzt haben wir hier die Sondersituation des DAX. Der macht ja dann immer schnell Feierabend. Deshalb müssten wir das eigentlich hier noch mal gucken und einfach mal vergleichen, wie lang war so dieses erste Teilstück hier, die erste Bewegung. Versuchen wir es möglichst exakt zu machen und das hier noch mal. Und dann sehen wir, ja, es ist zu kurz. Bis dahin hätte er gemusst, ein bisschen höher sogar, und er hat es nicht ganz geschafft, hat vorher umgedreht. Das ist aber dann der Punkt, wo man sagen muss, na gut, wenn er dann umdreht, na gut, dann kann ich hier gegebenenfalls auch raus. Also je nachdem, welche Entry-Trigger, wenn man hier sich triggern lassen, da irgendwie was. Aber ich sage mal, wir wollen ja nicht wieder in die Überschneidung rein. Es soll ja die scharfe Richtung sein. Man hatte also hier die Möglichkeit, einigermaßen eng nachzuziehen. Das hat man nicht immer. Also leider kann man sich nicht immer darauf verlassen. So von wegen, entweder mache ich Riesen-Reibach oder keinen Verlust. Das wäre zu schön. Also rechnet damit, dass das manchmal auch nicht klappt. Aber der Tenor der starken Richtung, der schwachen Richtung, ist dann doch immer wieder starke Richtung, der schwachen Richtung, sodass ihr auf eurer Lieblingszeitebene, ganz egal ob das im 4-Stunden-Chart argumentiert oder im 5-Minuten-Chart, da seht ihr, dass die Richtungen teilweise unterschiedlich sind. Ich kriege mal einfach Hinweise. Mensch, das heißt also, du bist Long bei. Das kann ich immer ganz schlecht beantworten, weil das Ding ist ein Short-Ding jetzt aktuell. Ich bin aber auf der Suche nach dem Long. Aber es macht jetzt keinen Sinn, hier Long zu gehen irgendwo. Einfach mal so, oh, wird schon, solange er das Ding nicht triggert hier auf den Oberseiten. Also ihr seht die Krux, die ich auch manchmal argumentatorisch habe. Deshalb geben wir ja im Trade des Tages, heute übrigens eBay, beziehungsweise in den vielen, die wir hier auf unserer Approved Setup-Liste haben, ja immer wieder ganz konkrete Ideen, die dann auch auf dieses Bild, was wir dann da beschreiben, eben beschränkt sind. Weil es so pauschal zu sagen, ja, geht das jetzt hoch oder runter? Ja, ja, wie weit? Wo endet das Ganze? Wo soll dann gestoppt werden? Das sind die extremen, ganz wichtig, extrem wichtigen Punkte eines Händlers, die mit drin zu haben. Was nicht gut funktioniert ist, ja, leg dich mal auf eine Richtung fest und dann wird das schon so gut gehen. Muss ja, haben wir ja gesagt. Das ist nicht die Arbeit eines Händlers. So, also hier im Moment noch abwärts, aber ein bisschen Hoffnung kann man durchaus noch haben, denn das ist immer noch ein korrektives Bild. Ich werde das im Übergeordneten sicherlich in Kürze wieder mal per Video aufbereiten. Also freuen wir uns da auf das, was wir da rauslesen können. Wir wechseln mal auf den amerikanischen Markt. Der ist ebenfalls, ja, noch klar auf der Abwärtsseite. Ich würde mich nach wie vor nicht wundern, wenn wir hier nochmal runterkommen. Ich habe es mehrmals erzählt schon, jetzt für heute Nachmittag. Jetzt gibt es hier so ein bisschen die Anwandlung, dass es hier eine korrektive oder vielleicht eine endgültige Aufwärtsbewegung gibt. Immerhin von diesem Hoch, nein, von diesem Tief, ist es relativ steil nach oben gegangen. Wenn ich hier mal wechsle auf ein kürzeres Zeitfenster, zum Beispiel 5-Minuten-Chart. Ich wollte gerade sagen, es ist ja schon Feierabend. Also im 5-Minuten-Chart sind wir ja einigermaßen zügig nach oben, wann auch immer, egal wie hoch der jetzt noch klettert. Da eine wackelige Gegenbewegung ist, hier haben wir es nochmal im Kleinen. Ein Schub hoch und was Wackeliges in die Richtung, er lässt vermuten, dass die Trendrichtung sich nochmal fortsetzt. Also das geht theoretisch auch mehrmals, also wieder Schub und das. Es ist nur die Frage, okay, kommt dann hier so langsam so eine Ending-Geschichte raus, wenn das dann so wackelig ist. Aber immerhin ist man dann richtungsmäßig erstmal nicht auf der ganz doofen Seite, wenn dieses Verlaufsmuster zu sehen ist. Also ihr seht, im 5-Minuten-Chart ist das ablesbar immer wieder. Wenn wir das heute Nachmittag hier kriegen, wäre es natürlich besonders schön für all diejenigen, die als Feierabend-Händler, und das ist überhaupt nicht despektierlich gemeint, sondern die eben sagen, komm, so gegen Schluss des Tages, in dem Fall der Woche oder eben nach Arbeitsende im normalen Beruf, wenn ich das mal so sagen darf, setze ich mich nochmal ran und gucke, ob ich solche Pattern irgendwo kriege. Das gibt es übrigens nicht nur bei den Indizes. Tipp, guckt euch das sehr, sehr gerne auch mal bei den Aktien an, bei den Währungen an. Auch wenn ich in diesem Video das jetzt nicht mehr bringe, mache ich sicherlich mal wieder einen extra Beitrag dazu. Aber ich weiß, viele wünschen sich eben diese Updates am Nachmittag, um so ein bisschen eingenordet zu werden. Wie sieht es denn aktuell aus? Ich sehe im Moment nur so eine kleine Chance hier nach oben. Aber jetzt, bevor ihr vor Begeisterung, Mensch, ihr habt es auch gesagt, ein Anstieg dieser Art, ein Niveau dieser Art hier, das ist ein Niveau dieser Art, das ist mitnichten ein Zeichen für, Ja, das ist der Beweis hier. Ab jetzt Bullish und der Markt kann gar nicht mehr nach unten. Nein, 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 bitte, das ist nicht vorellig sein. Das kann durchaus sein, dass das einfach nur das Pandor zu dieser Geschichte ist und danach der Markt nochmal nach unten geht. Also, dieses Teilstück zu handeln ist smart. Wer dem Markt mehr zutraut, okay, sollte aber dann anfangen, den Stopp auch irgendwann hinterher zu ziehen, sodass man, wenn der Markt doch dreht, was nicht unrealistisch ist, sodass man dann nicht gleich wieder alles verliert, sondern vielleicht nur den Buch gewinnen, also die Chance auf viel Geld, aber Chancen zu verlieren tut meistens nicht ganz so viel weh, wie echtes Geld dann zu verlieren durch eine Minusposition. Also, da würde ich dann auf jeden Fall überlegen, den Stopp zumindest ein bisschen dichter ranzuziehen, um die Kuh vom Eis zu bringen. Also, dieses Bild ist nicht abwegig. Ja, stellt euch das vor hier, wir sind relativ wackelig runter, wir sind A, B, C nach oben und jetzt hier ein Fünfweller runter wäre sowieso etwas, was sehr typisch ist. Stichwort nochmal, eine A, B, C runter, eine A, B, C hoch und ein Fünfweller oder einwellig impulsiv hier, das ist das große Bild. Ich zeichne mal gerne das große, weil da hatten wir das und viele sagen, ja, sowas gibt es nicht, das ist ganz selten oder das passiert, nein, dieses Muster ist nicht selten. Die Größenordnung kommt natürlich nur alle paar Jahre, Jahrzehnte vor. Das ist ja logisch, je nachdem, in welchem Rhythmus wir da jetzt gerade sind, bald wird das vielleicht wieder fälliger. Es kann durchaus sein, dass wir da auf dem besten Wege sind, die nächste, ich habe hier oben mal so dieses Damoklesschwert da mal hingemalt, das ist durchaus denkbar, dass das passiert. Also es spricht durchaus noch einiges dafür, dass wir da mehr ungemacht zu erwarten haben. Also vorsichtig, selbst wenn ihr diese Anwandlung hat, gerne mal so einen Zwischenlung mitnehmen, aber nicht übertreiben im Sinne von kann gar nicht schief gehen. Achtet drauf, wenn ihr hier so eine A, B, C habt, wäre das wiederum ein Trigger für die Fortsetzung nach unten. Also das gleiche Muster nochmal quasi. Da fällt es mir dann nicht sehr schwer, beim Nasdaq ziemlich genau das gleiche zu sehen. Auch hier die letzte Bewegung, hier eine Bewegung nach oben, ein bisschen wackelig nach unten, täte gut, um nochmal die Longseite eben mitzunehmen. Ich halte das für durchaus gangbar, dass das passiert. Aber bitte, bitte nicht vorauseinig. Ich weiß, viele sagen, ich warte gar nicht so sehr, ich mache das jetzt mal. Er hat ja auch gesagt, geht hoch. Nee, 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 nee. Erstens mal, die Höhe ist gar nicht so sehr klar. Und ich sage mal so, wenn ich diese 1 zu 1 Relation, dann kommen wir gar nicht so weit. Dann ist die Frage, lohnt sich der Einstieg? Wo wollten ihr das stoppen? Hier? Ja, das ist ja ein blödes CRV. Ja, also das macht keinen Spaß. Dann brauche ich eine hohe Trefferquote, wenn ich das handle. Das heißt, ich muss sehr häufig richtig liegen. Aber ist dieses Muster gut genug, um sehr häufig richtig zu liegen? Denn ich verdiene ja nur so viel, wenn ich das Mindestziel habe. Und das ist meine Stoppweite. Nur wenn es dann doch weiterläuft, dann habe ich natürlich die Chance auf mehr, aber auch latent begrenzt. Also ich bin ein bisschen vorsichtig. Ich sehe die Chance, dass der Markt jetzt dreht. Ich sehe auch die Chance, dass es weitergeht. Also ist nicht ausgeschlossen. So ein bisschen das Momentum deutet das an. Wir haben das hier mal so halbwegs drin. Ihr werdet wahrscheinlich häufiger jetzt von mir auch so was mal haben. Ich bin häufig gefragt worden dazu. Sag doch mal zu so was. Ihr könnt das durchaus abschätzen damit, ob da wenigstens das Potenzial da ist. Ja, das Potenzial für etwas mehr nach oben ist da. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass auch hier so ein Rücksetzer, also ein Anstieg der Geschichte, hat letztlich hier auch nicht für ewigen Wachstum gesorgt, sondern eben nur einfach mal für so einen Zwischenarm. Also das sollten wir nicht überbewerten. Auch so kleinere Bewegungen, also vielleicht auch nur so kleinere Bewegungen, so ähnlich wie das hier, sind notfalls in der Lage, hier so einen kompletten Ausschlag da mitzubringen. Also da vorsichtig sein und nicht schon jetzt freuen, dass es eine ganz sichere Sache ist. Also ich vermute, vor dem Wochenende ist es erstmal eher etwas Kürzerfristiges und nach dem Wochenende können wir dann gucken, ob wir da was Längerfristiges. Im Moment tue ich mich da schwer zu sagen, nö, nö, seid ganz beruhigt, ab jetzt wieder nach oben. Ich weiß es nicht. Ich halte nach wie vor, ich habe das längere Bild ja häufiger auch schon analysiert, das noch für absolut gangbar. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg für eure eigenen Handelsentscheidungen am Nachmittag. Euch liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag.